hallo hier ist euer robertbox28 und vielleicht so wie ihr es jetzt hier bei xsplit für eine live stream ankündigung am samstag und sonntag ab 13 uhr skype name in der video beschreibung dass ihr mir per video chat bei skype mit mir reden könnt dann wie das hier beim live stream auch hier oben eingeblendet und so und gespielt wird das wo in die kommentare geschrieben wird unter diesem video gespielt wird ssx ein bisschen dj hero 2 der showdown das neue crisis vielleicht und ich spiele wo jetzt auch hier unten in die beschreibung getackert werden die werden auch im live stream gezeigt und jo das war euer robert box 28 und link in der beschreibung für den chat für das für den live stream und so und skype name und da schreibt er wenn ich mir eine anfrage sendet bei skype dann schreibt gleich noch euer skype name dass ich aber dann in kommentar wie euer skype name ist und jo bei bei das war euer robert box 28 und ich wünsche noch einen schönen abend oder morgen und ja bei bei